Was ist pulslose ventrikuläre Tachykardie? Pulslose ventrikuläre Tachykardie ist ein lebensbedrohlicher kardialer Notfall, der ohne unverzügliche und sofortige Behandlung zum Tod führt. Der Begriff Tachykardie bezieht sich auf eine schnelle Herzfrequenz, von der routinemäßig mehr als 100 Schläge pro Minute verstanden werden. Ventrikulär bezieht sich auf eine schnelle Herzfrequenz, die elektrisch durch die unteren Kammern des Herzens, die Ventrikel, ausgelöst wird, im Gegensatz zu dem üblichen Kontrollzentrum in den Vorhöfen, dem Bündel von ihm. Pulslose bezieht sich auf die Tatsache, dass die Herzkammern so schnell und unpassend mit den Vorhöfen gepumpt werden, dass das übliche Volumen des mit jedem Herzschlag ausgestoßenen Bluts, ein Puls, fehlt. Somit ist dieser Zustand ein vorübergehender Zustand, in dem die großen Ventrikel des Herzens sehr schnell, aber völlig ineffektiv pumpen. Wie oben erwähnt, ist eine pulslose ventrikuläre Tachykardie eine vorübergehende Herzerkrankung. Es wird als vorübergehend betrachtet, weil es nicht mit dem Leben vereinbar ist. Trotz der Tatsache, dass sich das Herz bewegt, schlägt es nicht und zirkuliert mit Sauerstoff angereichertes Blut nicht in das Körpergewebe und in die Organe, einschließlich des Herzens. Hypoxie- oder niedrige Sauerstoffkonzentrationen führen innerhalb von Minuten zum Tod von Zellen und Geweben. Die pulslose ventrikuläre Tachykardie geht in ventrikuläres Fibrillieren über, bei dem das Herz, kurz V-Fib genannt, einfach zittert und schnell zu Asystolie wird. Die gerade Linie wird auf einem Elektrokardiogrammgerät verfolgt, das Fans medizinischer Fernsehdramen bekannt ist. Viele Erkrankungen können jemanden für die Entwicklung einer pulslosen ventrikulären Tachykardie predisponieren. Frühere Herzkrankheiten mit Gewebetod entlang der elektrischen Leitungswege des Herzens können ein wesentlicher Faktor sein. Experten gehen davon aus, dass einem anhaltenden Ereignis einer pulslosen ventrikulären Tachykardie häufig kurze, selbstlimitierende Läufe vorausgegangen sind, sechs oder weniger Schläge, bei einer oder mehreren Gelegenheiten. Andere Zustände, die die Entwicklung dieses Zustands erleichtern können, umfassen Hypokalämie oder Hypoxie. Hypokalämie ist der medizinische Begriff für niedrige Serumspiegel von Kalium, die die Ventrikel tendenziell reizbar machen. Hypoxie hingegen beschreibt eine Situation mit niedrigem Sauerstoffgehalt, und dieser Zustand kann höhere elektrische Herzfunktionen beeinträchtigen. Die Behandlung der pulslosen ventrikulären Tachykardie ist ein Notfallverfahren, das allgemein als Code bezeichnet wird. Manuelle Thoraxkompressionen werden angewendet, um funktionelle Herzschläge und Blutkreislauf zu simulieren. Die Intubation oder die Platzierung eines Atemschlauchs wird durchgeführt, und Sauerstoff wird mit einer manuellen Beutelventilmaske oder einem Beatmungsgerät verabreicht, um den Tod des Gewebes zu vermeiden. Ein elektrischer Schock wird durch einen automatischen elektrischen Defibrillator oder einen manuellen Defibrillator verabreicht, um den gefährlichen ventrikulären Rhythmus zu unterbrechen und einen funktionsfähigen Herzrhythmus wieder aufzunehmen. Wenn der Code erfolgreich war, wird der Patient auf einer Intensivstation oder Herzstation behandelt.